Heute gibt es Apfelstrudel. Allerdings mache ich den Teig nicht selbst, sondern verwende ein Convenience-Produkt, das geht wesentlich rascher. Du sollst den Teig auf und, wie sie sehen, machen wir zur Zeit. Ihr seid jetzt dafür zu Hause. Jetzt können wir die Teig, die Teig. König. Sie haben Ihr Teig. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.